Wenn du nicht da bist und deine grüne Jacke hängt nicht hier, dann weiß ich, dass du nicht weit sein kannst. Wenn deine feine Jacke nicht da hängt, dann bist du in Berlin, ja? Oder verreist oder sonst wo. Und wenn ich länger als zehn Stunden nicht bei dir auftauche, Ernst, dann such mich bitte. Ich hab Angst, Ernst. Und wer bist du? Neigt mir doch der Maikmann, der sie gestern gebadet hat. Ah. Der hat sich dermaßen ausgeklingt. Der ist sowas von raus, aus allem, dass der dabei draufgehen wird. Ernst! 1968 hat er keine Briefe mehr aufgemacht. Wo wollten Sie denn hin, Herr Stein? Na, zur Espan nach Berlin. Ist doch nicht. Ist doch die Mauer. Was? Was, Mauer? Wo haben Sie bloß gesteckt? Das ist das dritte Mal in dieser Woche, dass wir Sie suchen. Wer? Adnan, Maik und ich. Ja, warum? Weil Sie weg waren. Konnte ja was passiert sein. Ach. Ach, Sarah. Ich komme hier wieder an. Ja. Versprich doch nicht, solche Sachen, die du nicht halten kannst. Komm ich nie wieder. Ich komme hier an. Ich komme hier an.